Immer wenn der Ball in den Strafraum fliegt, kommt die große Angst, dass Janne Tore kriegt. Haare stehen zu Berg, das hat keinen Sinn, weil ich immer wieder Retter bin. Ich bin die Feuerwehr, wenn's mal im Strafraum brennt, dann saust ich hin und her mit Happy End. Wenn's mal gefährlich wird, was kann schon sein? Ich schnappe mir den Ball und lasse keinen rein. Wenn die Zuschauer mit Nerven fertig dann, weil das Spiel genau wie Kriminalroman, dann hat Gänsehaut wirklich keinen Zweck. Ich bin die Feuerwehr, wenn's mal im Strafraum brennt, dann saust ich hin und her mit Happy End. Wenn's mal gefährlich wird, was kann schon sein? Ich schnappe mir den Ball und lasse keinen rein. Wenn's mal gefährlich wird, was kann schon sein? Ich schnappe mir den Ball und lasse keinen rein.